hier ist es wir müssen und scheibe nach da oben Hält er sich hier irgendwo fest? Nö. Trinkt mir das irgendwas? Nee. Hm, da müssen wir hin. Guck mal, hier ist ein Seil. Hm. Warum klettert er nicht? Hoch, runter, klettern. Habe ich verstanden. Ach, klettern, rechts, okay. Habe ich verstanden. Ja, ja. Und wie ich es natürlich immer wieder nicht verstanden habe. So, Großstadt-Lianen. Den haben wir schon mal. Mehr geht hier nicht, ne? Na gut. Gut. Nimm noch mal ein bisschen Zeugs mit hier. Ja. Ah, es sieht danach aus, als wenn da irgendwas ist. Als wenn da was sein muss. In der Ecke. Wahrscheinlich. Nope. Nope. Ja. 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 so Machen wir mal eben den Eisstand kaputt, ne? Oh, wir brauchen unbedingt diesen... Steckt sich da einer? Ist da hinten. Ach, brauchen wir wieder. Druiden. Ja, was sagst du? Okay. Ich komme irgendwann mit C3PO wieder. Was ist da noch lohnt, ist wieder die andere Frage. Ich nehme an, Sie bringen sie zu ihrem Schiff. Wenn ihr Schiff im Hangar gedockt ist, haben wir etwas Zeit? Was macht Broch? Sind wir jetzt in Sicherheit? Ich denke schon. Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Hier ist es ein superheftig. Oh. Ich hasse Eskort-Missionen. Blauer Stein, da oben. So. Eure Majestät, ich muss da irgendwie mal hoch. Ups. Oh Gott. Dreh dich. Ich will doch nur wissen, wie man da hochkommt, Mann. Jaja. Jaja kommt da hoch. Heißt es. Aina war, ne? Zu. 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 der war es nicht müsste das alles noch höher bauen aber wie hoch für habe ich ja hier gar nicht ach mensch hier unten war auch irgendwas so viel ich will sagen du kommst da nicht rüber wieso kann der das was übersehe ich bei den kollegen ok er kann sich da heranziehen dann muss er sich doch bei dem anderen kram da auch anziehen können sofern er wahrscheinlich hoch genug kommt jetzt kommt er hochmann das war es noch nicht jetzt hoch mit dir da du Ochse ist doch geil äh Anakin hängt da hinten noch nein er muss noch höher noch höher fuck jetzt habe ich den ganzen Turm umgebaut nochmal mache ich den nicht jetzt habe ich keinen Bock drauf ein andern mal jetzt habe ich den jetzt habe ich den Okay. Mann, ihr seid doch fix unterwegs. Fank die Türnigen! Eure Majestät, bleibt zufrieden! So. Na, wo seid ihr denn? Da kommen bestimmt gleich noch mehr Droiden. Sehen bleiben! Die Königin kommt mit uns! Ah, dich brauche ich. Unbedingt. Eigentlich. Aha. Grundlagenhinweise. Nee, das... So war das nicht gemeint. Ich brauche deine Figur, deinen Skin, deinen... Das ist das Schiff ihrer königlichen Hoheit. Seid ihr bereit? Ja, zieh durch, ne? Ich glaube, viel mehr ist hier nicht. Hier kommen wir nicht raus. Ich gucke mich hier nochmal kurz um. Ja, oh. Hm. 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 Ja, ja. Hm. Hm. Gut, dass die Kamera hier teilweise... ...so gut ist. Gut. Dass wir uns nochmal umgeguckt haben. Der läuft allein schon. Dafür könnte ich ihm schon eine klatschen. So. Nein. Hm. Wie war denn das da? Allgemein. Genau. Ah, nee, wir können doch das schon. Äh, Gesundheitsanzeige wird erweitert. An dem weißen Schild über der Anzeige zu erkennen. Gut. Das heißt, ich kann das machen? Und danach schon, ähm... ...wenn ich genug hab? Was denn? Ich hab jetzt noch einen Kaufen. Warum kann ich das nicht? Ich muss doch erst die anderen machen, ne? Äh, Konterkies, ja. Benutze ich ja doch... ...recht oft... ...den Konter. Ich hab das irgendwie schon wieder anders gesehen. Aber nein, es war nicht blau. Es kommt davon, wenn man keine Farben lesen kann. Da ist die Blockade! Wir haben wieder Energie! Der kleine Druid hat's geschafft! Ich glaub, er ist hoch! Wir haben nicht genug Energie! Der Hyperantrieb hat ein Leck! Hier, Meister, Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Ah! 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 Tatooine, sagst du? Irgendwelche Vorschläge, wo wir landen sollen? Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espa finden. Dann auf nach Mos Espa. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Okay. Okay. Tatooine muss essbar. Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du sie denn? Ich bin Padme. Eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht... Also gut. Wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft, die wir brauchen. Was ist denn R2 hinten so weiß? Padme. Verkleidet. Tatooine. Die Dinger sind überhaupt geil, ne? Der kleine Junge bei Watteau war ein begnadender Mechaniker. Seine Mutter hat mir erzählt, er hat andauernd etwas repariert oder gebaut. Aber neulich hat er seine Pläne verlegt. Ich bin sicher, die liegen irgendwo bei ihm daheim herum. Mhm. Gerücht freigeschaltet. Verstreute Schaltpläne. Okay. Aber hier kann man Rennen fahren? Wohin? Dann seid ihr hier richtig. Ne. Das ist ein Taxi-Unternehmen oder was? Geil. Hallo. So. Kannst du auch nochmal mit mir sprechen oder was? Okay, dafür brauchen wir auch R... äh nicht R2 hier. Ah, C3PO. Wenn er wieder übersetzen kann, ne? Hm. Mach dir deinen Scheiß kaputt. Und weil mir der Schurz von meinem Hund grad in die Nase steigt. Oh. Hund! Das kann doch nicht gesund sein. Das kann doch nicht gesund sein. Okay. Okay. Aber wir haben jetzt ja... äh... äh... Wie kriegen wir das denn hier an? Das verstehe ich jetzt nicht. Sind wir jetzt... Ja, ist der weg. Ne. Das soll irgendwie kaputt kriegen oder so. Naja. Scheint nicht. Da kriegt die das hin? Oh. Ah. Das ist ja doof. Ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht... Einen süßen kleinen Propellerhut für euren schäbigen Astromech. Das gibt dem kleinen Selbstvertrauen. Jede Wette. Ich glaub' ja nicht. Uh. Ich muss hier. Ich muss hier irgendwie runter. Da? Ne. da hinten... Ah. Ja. Da. Da... Da haben wir... Hier oben ist auch ein blauer Stein. Aber auch da kommen wir wieder nicht hoch. Tadja, hier? Brauche ich den auch echt noch? Ey, das ist doch... Okay. Brauche ich wieder einen anderen Charakter? Kotz mir an. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. So, der andere war... Ah, ja, da irgendwo. Dit 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 warst hugely auf KB wird best jetzt zu